Hallihallo, im Rahmen der Welt-Yoga-Tag-Reportage haben wir ein ganz, ganz heißes Thema herauskristallisiert. Ein ganz neues, spannendes Thema, was eigentlich schon alt ist, aber es wird jetzt wieder neu aufgelegt. Schaut euch das Video an, oder eine kurze Sequenz von Peter Frank aus Weilheim. Ich sag nur, daja, Mutter Erde. Wir haben ein Compendium gemacht von 24 Übungen und ein paar Jahre lang sind wir damit rumgetourt und haben die unterrichtet, so als dass das Menschen lernen und dann auch weitergeben können. Mit wem hast du das gemacht und was war das jetzt nochmal? Mit dem Marco Bogacznik, unserem Geomantie-Lehrer. Und du hast doch letztes Mal die Träne der Gnade gemacht mit der Marlene. Und das ist eine Übung aus diesem Übungskontext. Und das haben wir dann damals Gaia-Tag gemacht, also die Berührung mit der Mutter Erde. Und das sind 24 Übungen, die eben dir helfen, jetzt mit dir selber und mit dem neuen Erdner.